Der erste Tauchgang ist gelaufen und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit den Mädels. Wir hatten keine Ausfälle gehabt, alle haben die Übungen sehr gut absolviert und ich bin guter Dinge, dass das auch weiterhin so laufen wird. Und ich freue mich auf die nächsten Tauchgänge und dass ich Ihnen noch einiges zeigen kann. Also mein erster Tauchgang, muss ich sagen, hat super geklappt. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich bisher nur einmal getaucht bin. Und beim ersten Mal ablassen habe ich auch gemerkt, so ein bisschen zu schnell nach unten gegangen, also ein bisschen Druck auf den Ohren, aber der Henk hat uns das dann super gezeigt, wie das funktioniert mit dem Druckausgleich. Und dann sind wir auch gleich runter auf 10 Meter und ich muss sagen, hier in Montemare, das ist super schön da unten mit den ganzen Labyrinth und Vulkanen, Muscheln und Röhren, die man durchschwimmen kann. Und also ich fand es super. Ich freue mich schon auf den nächsten Tauchgang und bin einfach nur glücklich im Wasser. Also mein erster Tauchgang war super. Wir sind gleich auf 10 Meter runter, Druckausgleich hat funktioniert. Super schön da unten, schöne Bilder und ja, tauchen macht Spaß, sehr schön. Ja, so mein erster Tauchgang haben wir jetzt hinter uns, war super geil, hat richtig viel Spaß gemacht. Was komisch war, war dann unter Wasser die Maske abzunehmen und dann nicht durch die Nase zu atmen. Aber war trotzdem eine interessante Erfahrung. Druckausgleich war gar kein Problem. Hochgekommen bin ich ein bisschen schnell dann, aber ansonsten freue ich mich schon, jetzt gleich wieder runter zu tauchen. Ja, ich bin total außer Atem. Der erste Tauchgang war phänomenal, genauso wie ich es mir eigentlich erwünscht habe. Unter Wasser, ganz andere Bedingungen, einfach eine andere Welt. Dimensionen, die einfach komplett anders sind als über Wasser. Und dieses Gefühl einfach zu schweben, ist einfach absolut Wahnsinn. Und ich freue mich schon so aufs nächste Mal tauchen und könnte eigentlich die ganze Zeit nur im Wasser bleiben. Also der erste Tauchgang war total spannend. Ich hatte total Angst wegen den Ohren gehabt. Aber es hat eigentlich super geklappt mit dem Druckausgleich, weil wir es ja schon ein bisschen an der Oberfläche geübt haben. Und es hat natürlich super viel Spaß gemacht, dann wirklich richtig tief drin zu sein und da rumzutauchen. Und manchmal hatte man große Probleme mit dem Austarieren, um zu gucken, wie viel Luft braucht man in der Jacket oder rauslassen. Aber das hat man dann zum Schluss ganz gut hinbekommen. Und ja, jetzt will man die ganze Zeit weiter tauchen eigentlich. Also der erste Tauchgang war kalt. Zuerst war man im flachen Wasser, da haben wir verschiedene Übungen gemacht. Mit Maschke volllaufen lassen mit Wasser, wieder ausblasen, ja solche Dinge. Da konnte man sich nicht so viel bewegen, deswegen war es ziemlich kalt. Danach sind wir ins tiefe Wasser gegangen und sind am Seil abgetaucht auf 10 Meter. Ja, mit dem Druckausgleich hatte ich eigentlich keine Probleme. Mein linkes Ohr spielt noch nicht so mit wie mein rechtes Ohr, aber ja, mit etwas Zeit geht das schon. Okay, also mein erster Tauchgang, ja, da hatte ich ein bisschen Respekt davor, auch ein bisschen Angst, weil es mit der Luft irgendwie voll doof war, aber ich habe es dann trotzdem geschafft beim ersten Tauchgang. Die Übungen jetzt ohne Brille, da muss man sich auch konzentrieren, aber ansonsten, wenn man ruhig bleibt und sich entspannt, dann ist es eigentlich voll schön unter Wasser und die Erfahrungen hat man einfach mal machen müssen. Ja, ansonsten kann ich das jedem empfehlen und es hat voll Spaß gemacht. Wir haben jetzt den ersten Tauchgang hinter uns gebracht und es war richtig spannend und aufregend, mal so unter Wasser zu atmen und wie es so ist, ohne wirklich, nee, durch so einen Schlauch zu atmen. Und ja, ich hatte ein bisschen Probleme beim Abtauchen mit dem Druck, musste ständig den Druckausgleich machen, habe mich immer am Seil festhalten müssen, aber sonst war es ganz okay. Jetzt machen wir die Abschlussprüfung nicht ganz, weil es ein Scuba da wird, deshalb gibt es die drei Quizzes des Modul 1 bis 3. Und wir fangen sofort an, sobald alle Kandidatinnen dabei sind, weil, wenn wir mal hier rüberschauen, es fehlen noch 1, 2, 3 und 7. So, Niki, gut vorbereitet? Top, also wird schon alles klappen. Gehen wir ja auch am Start. Ja, ja, als Stift, Blatt Papier, mehr brauche ich nicht. Perfekt. War ja richtig vorbereitet? Ja, natürlich. Alles super. Was für eine Frage, natürlich. Ich habe meinen Kopf nicht vergessen, ich habe alles dabei, muss alles klappen. Fängt euch das ab, dann gehe ich mal schnell runter und hole mal mein Montemarer Outfit. Hast du denn schon dein Kleid dabei heute Abend? Ja, machen wir mal. Erzähl, gut vorbereitet? Ja, nein. Es geht. Ja, super vorbereitet. Tanja, super vorbereitet? Super vorbereitet. Wow. So, mach deine Ansage, weil sie deinsamt ist. Ja, hallo. Jetzt geht's los. Die Quizzes warten auf euch. Die ersten drei Quizzes füllt ihr jetzt bitte auf. Nicht abgucken, was denn richtig beantwortet ist. Ihr habt alle Chris A. Eine Antwort ist nur richtig. Bitte wählt euch die 10 Minuten. Check. So, ihr habt alle den Test beantwortet und jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr auch alle die richtigen Antworten angekürzt habt. Ich gehe jetzt folgendermaßen vor, dass ich eine Frage nach der anderen nenne und ihr sagt mir, wenn da eine Diskrepanz aufgetreten ist. So, wir haben jetzt die Quizzes kontrolliert und es sind, glaube ich, nicht mehr als ein oder zwei Fehler insgesamt aufgetreten und ich kann euch verkünden, alle haben die theoretischen Einheiten abgeschlossen und bestanden. So, und hier präsentieren wir unsere Absolventen der Quizzes. Ganz habt ihr den Tauchschein noch nicht. Wir müssen gleich noch mal ins Wasser. Ihr müsst noch ein paar Wasserfertigkeiten zeigen und morgen gibt es den abschließenden Freiwassertauchgang 2. Die Kandidatinnen haben alle die theoretischen Einheiten abgeschlossen und alle auch das Quiz bestanden, vielmehr alle drei Quizzes von allen Modulen. Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen. Insgesamt waren nur zwei bis drei Fragen falsch beantwortet, die aber mehr oder weniger aus Unachtsamkeit und nicht richtig zuhören geschehen sind. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so gut laufen wird und dass wir im Pool 3 und Freiwasser 2 keine Probleme haben werden.